Yo Leute, was geht? Euer Vanni und yes, wir haben die 2000 geknackt, sogar bei 2100 plus. Ich wünsche mich bei allen nochmal recht herzlich für Gedanken, für den Support, für dieses Motivierende, für diese ganzen, ganzen Kommentare, wo ihr immer wieder sagt, ey Vanni mach weiter, du bist der Beste, hau drauf, wir unterstützen dich, wir stehen hier hinter dir, mach immer weiter. Und Leute, ich habe euch gesagt, ich habe mich von keinem Lifestyle irgendwie einschüchtern lassen, ja. Ich bin hier, ich werde auch da sein, ich werde so weit ich kann natürlich, immer weiter gegen die schießen, ich werde immer weiter feuern, ich werde immer so viel, wie ich es kann, ja, so viel, wie ich kann. Ohne, dass mein Channel geschlossen wird, werde ich versuchen, immer weiter zu feuern, ja. Und dann kommen meine Ironie-Knopf an, Loyalsten-Follower, Ironie-Knopf aus, ja. Meine Loyalsten-Follower sagen immer wieder, hey, du verdammter kleiner Fettsack, ja, was willst du denn machen, wenn die Lifestyler nicht mehr mehr da sind, was willst du machen, wenn Uncle Bob irgendwann mit seinem Vorhaben durch ist und du nicht mehr über die Lifestyler berichten kannst. Und ich kann euch sagen, was ich gemacht habe und ich kann euch zeigen, was ich machen werde, wenn das Ganze sich irgendwo ein bisschen wieder alles normalisiert hat. Denn, als ich mit YouTube angefangen habe, als ich mit YouTube angefangen habe, war das im Jahr 2013. Da habe ich meine ersten Videos rausgehauen, weil ich eine Transformation gestartet habe, ja. Ich habe aus meinem Fettsack-Körper 2012, Juni, Juli 2012, wo ich gestartet habe, habe ich eine Transformation hingelegt. Natürlich habe ich das mit einer Nabolen-Diät gemacht, ja, hin und her. Ich will jetzt keinem Nabolen-Diät unbedingt jetzt nahelegen. Aber ich habe damals mit der Nabolen-Diät meine Transformation, meine erste Transformation hingelegt. Und das, meine lieben, Ironie-Knopf an, loyalsten Follower, Ironie-Knopf zu, aus. Das, meine lieben Leute, habe ich gemacht. Und das, meine lieben Leute, werde ich machen. Bleibt dran, im Anschluss folgt jetzt das Transformations-Video, wo ich Bilder und ein kleines, ah, ein bisschen gepostet habe, mit meiner alten Kamera damals noch, ein bisschen vor die Kernen gepostet, ein bisschen gezeigt, so, ja, ja, hin und her. Und ihr wisst Bescheid, der Channel der untergehenden Sonne, hier werden keine Abos generiert. Hier wird immer weiter, immer weiter scheiße gelabert. Und nur für euch, weil es viele gestern vermisst haben, eine fucking Lifestyler-Pose. Pounce! Und ich bin offline. Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater, dir. Deine Macht reißt du uns durch deine Hand. Diese verbindet uns wie ein heiliges Band. Wir warten durch ein Meer von Blut. Gib uns dafür Kraft und Mut. In nomine Patris. Et philii. Et spiritu sancti. Was war los? Was war los? Was ist geschehen? Alles gesehen? Was war los? 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.